Was hier passiert, ist wirklich erschütternd. Meine Damen und Herren, Wehrdienstleistende im Osten bekommen weiterhin weniger Rente. Ossis fühlen sich als Deutsche zweiter Klasse. Mein Name ist Peter Knöbbel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe einen Beitrag zum Thema eines Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts. Vom 30. November 2023. Ich zeige Ihnen das mal hier. Ich hoffe, Sie können es gut lesen. Ansonsten würde ich es noch mal ein bisschen größer machen. Genauso ist es. Das Bundesverfassungsgericht lehnt Verfassungsbeschwerde mit Beschluss vom 30. November 2023 Aktenzeichen 1 BVR 1509 aus 23 ab. Was ist passiert? Der Wehrdienst Ost darf weiter geringer in der Rente bewertet werden. Das Ende der Fahnenstange ist tatsächlich erreicht. Der Rechtsweg ist ausgeschöpft. Ostdeutsche Rentner, meistens Männer, werden nach dem aktuellen Rentenrecht bei Wehrdienstzeiten, die vor dem 1. Januar 1982 absolviert worden sind, weiter als Rentner zweiter Klasse behandelt. Das Bundesverfassungsgericht hat am 30. November 2023 eine Entscheidung über eine eingelegte Verfassungsbeschwerde gegen einen Beschluss des Bundessozialgerichts vom 15. Juni 2023 abgelehnt. Das Bundesverfassungsgericht sieht in den Gründen des Nichtannahmebeschlusses vom 30. November 2023 keine Ungleichbehandlung der rentenrechtlichen Bewertung von Wehrdienstzeiten West und Ost für die Zeit vor dem 1. Januar 1982. Im Kern geht es eigentlich darum, dass wenn ein ostdeutscher Wehrdienstleistender zum Beispiel am 1. Januar 1981 für zwölf Monate Grundwehrdienst geleistet hat, dass der für diese Zeit 0,75 Entgeltpunkte bekommt. Und hingegen sein westdeutscher Pendant, sein westdeutscher Rentenkollege, hier einen Entgeltpunkt bekommt. Und das ist natürlich wieder mal Mühlen auf die Seelen der Ostdeutschen. Sie fühlen sich weiterhin darin bestärkt, dass sie nach der Wende in vielerlei Hinsicht benachteiligt worden sind. Denn Ossis fühlen sich als Deutsche zweiter Klasse, auch als Verlierer. Das sagen zumindestens auch viele Umfragen, dass das tatsächlich so ist. Dies dürfte auch der Grund dafür sein, dass die Spaltung in unserem Land weiter voranschreitet. Meine Damen und Herren, folgendes Kernproblem war hier zu entscheiden. Die Verfassungsbeschwerde richtete sich gegen die Ungleichbehandlung der Wehrdienstzeiten Ost und West. Die entscheidende Norm ist der § 256a Sozialgesetzbuch Nr. 6. Und da steht einfach drin, dass ostdeutsche Wehrdienstleistende 0,75 Entgeltpunkte im Rentenkonto gutgeschrieben bekommen. Und die westdeutschen Kollegen hingegen kriegen dann ein Entgeltpunkt. Das sind wohl 14,10 Euro. Ich habe hier leider einen kleinen Schreibfehler drin. Nicht 1.400,10 Euro, sondern 14,10 Euro weniger Rente erhalten Ossis dann, wenn sie 18 Monate Grundwehrdienst abgeleistet haben. Meine Damen und Herren, westdeutsche Grundwehrdienstleistende kriegen dann 14,10 Euro. Im Kern sieht das Bundesverfassungsgericht keinen Verstoß gegen Artikel 3 Grundgesetz, also keinen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz, weder unmittelbar noch mittelbar. Es verweist in seiner sehr kurzen und sehr knappen Abweisungsentscheidung auf die Gründe des Nichtannahmebeschlusses durch das Bundessozialgericht. Das Bundessozialgericht hatte die Ungleichbehandlung der rentenrechtlichen Bewertung von Wertdienstzeiten Ost und West unter anderem damit begründet, dass Wertdienstleistende im Westen bis 31.12.1981 eigene Beiträge in die Rentenkasse eingezahlt haben, hingegen Ostdeutsche nicht. Ja, meine Damen und Herren, das ist eine ganz, ganz eigenartige Begründung. Dieser Beitrag, der da vom Versold abgezogen worden ist, dient ja nicht dazu, hier Pflichtversicherungsbeiträge aufzubauen, sondern das war eigentlich sozusagen nur ein entsprechender Beitrag für die Rentenkasse, ein Pauschalbeitrag, ähnlich wie in der ehemaligen DDR die pauschalisierten sogenannten Pflichtbeiträge für die Studierenden. Da haben die auch im Monat 6 Mark die Studienanstalten, also die Hochschulen und so weiter, haben da 6 Mark DDR dem FDGB überwiesen. Und auch hier bekommen die ostdeutschen Studierenden keine Anerkennung dieser Zeiten als Pflichtbeitragszeiten, hingegen die westdeutschen Wehrdienstleistenden hier einen höheren Entgeltpunkt bekommen. Alle diejenigen, die nach dem 31.12.1981 ihren Wehrdienst absolviert haben, sind von dieser Rechtslage nicht betroffen. Dann für diese Rentenbeziehenden oder diejenigen, die da noch jetzt Rente bekommen werden, ist die Frage völlig geklärt. Alle beide Seiten, Ost und West, erhalten dann für den Wehrdienst 0,75 Entgeltpunkte zuerkannt. Und damit ist das Thema durch. Meine Damen und Herren, das Thema ist jetzt tatsächlich abgeklärt. Das Bundesverfassungsgericht wird sich mit dieser Fragestellung nicht mehr auseinandersetzen. Sie brauchen da aus unserer Sicht auch keine Klagen mehr einzureichen. Wer das macht, soll es versuchen. Aber der wird sich möglicherweise hier die Zähne ausbeißen. Es ist enttäuschend für unsere Ossis, dass sie nicht mehr Rente bekommen. Ich hätte es mir auch anders gewünscht. Aber letzten Endes hat das Bundesverfassungsgericht diese Entscheidung betroffen. Und das müssen wir leider so hinnehmen. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts dürfte aber die Meinung auch jener Ossis weiter bestätigen, die sich als Bürger zweiter Klasse sehen. So sehen es zumindest viele ostdeutsche Rentner. So kann man es auch im Ergebnisbericht des Sachsenmonitors von Infratest DIMAP für die Sächsische Staatskanzlei für 2023 auf Seite 13 nachlesen. Ich zitiere, nach wie vor sind die Befragten mehrheitlich 60 Prozent der Meinung, dass die Ostdeutschen in Deutschland eher Bürger zweiter Klasse sind. Eine Steigerung von 5 Prozent gegenüber dem Sachsenmonitor 2021, 2022. Meine Damen und Herren, wenn man das mal alles so vergleicht mit dem, was jetzt auch aktuell passiert, dass wir in Ostdeutschland immer noch um die 20 Prozent weniger Lohneinkünfte haben gegenüber den westdeutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, dass wir eine Rentenwertangleichung haben und trotzdem geringere Löhne haben, führt das ja letzten Endes dazu, dass die meisten Ostdeutschen bei gleicher Arbeit hier entsprechend weniger Rentenansprüche für die Zukunft erwerben werden. Und das halte ich für unerträglich, dass es hier keine Lohnangleichung Ost und West gibt, sondern dass hier immer noch unterschiedliche Lebensverhältnisse dazu führen, dass zum Beispiel Rentenansprüche von Ossis letzten Endes dann irgendwann mal deutlich geringer sind als die Rentenansprüche der westdeutschen Landsleute. Meine Damen und Herren, bitte nicht falsch verstehen. Ich möchte hier weder die Ossis noch die Wessis gegeneinander ausspielen, sondern ich möchte einfach nur auf den Fakt hinweisen, dass solche Rechtsprechungen im Grunde genommen letzten Endes Wasser auf die Mühlen derer sind, die hier dann die Spaltung auch des Landes sozusagen vorantreiben wollen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Christophus